Leute, was geht? Hallo, hallo. Wir spielen League of Legends. Und zwar mit Maluna, mit Dalu, mit Baso und mit Mango. Das wird super. Ich hatte heute sehr Bock, Support zu spielen, okay? Seraphine. Ich habe mir einen neuen Skin gekauft, weil ich habe mich vor Tagen mal wieder eingeloggt in League of Legends. Ich war Monate nicht auf League of Legends online, habe mich eingeloggt, habe einen neuen Skin gesehen. Der sah geil aus und ich habe ihn mir direkt gekauft, obwohl ich diesen Champion nie spiele. Kann irgendwer relaten? Yes. Wenn ein geiler Skin rauskommt, muss man sich den kaufen. Und jetzt will ich die spielen, das erste Mal. Seraphine. So, ja. Wir fangen ja gerade an und jetzt gehen wir gleich direkt in League of Legends rein und so. Und es ist ja auch eine ungewöhnliche Zeit für mein... Habt ihr die Fliege gesehen? Hallo, meine lieben Süßen. Hallo, meine lieben Mäuse. Ich bin's. Ich bin's wieder, eure Linda. Mir geht's super, wie geht's euch? Ich habe mich bei League letztens eingeloggt. Ich habe mir instant einen Skin gekauft für Seraphine, weil der so geil aussah und ich habe die noch nie gespielt. Ich möchte bitte einmal Support spielen. Hallo. How are you? Hallo. I'm good. Lukas kam gerade perplex in mein Zimmer und war so, streamst du schon? Ich so, ja. Also, wann spielen wir denn League? Ich so, wir sind alle und warten hier und warten auf dich. Er ist ganz panisch in sein Zimmer geraten. Ich bin schon live. Äh, 17 Uhr jetzt? Wir warten dann auf dich. Hey, Mango. Ich kann die Uhr nicht lesen. Wird einer von euch das Kampfspiel von Riot spielen? Oh ja, ich habe so Bock. Ich glaube, die Frage hast du jedes Mal gefragt, wenn wir gespielt haben. Wir haben immer jedes Mal alleine gesagt. Was? Hä? Wir werden das safe mal zocken. Wir machen ein Turnier, wenn das rauskommt. Ich frage euch auf jeden Fall. Warte mal, warum spielt Basu eigentlich Trundle? Und warum spielst du Aurora? Das finde ich so männlich. Warum? Wir haben keinen Articary. Trundle Bot? Finde ich schon krass. Warum haben wir keinen Articary? Linda? Linda will zwinkaschen! Trundle Bot mit TP? Das geht schon hart. Linda und sie dodged nicht! Ich war gemutet. Das geht stark. Ich war gemutet. Ich war gemutet. Und sie dodged nicht mal! Ich habe geschrien und ich war gemutet. Sie dodged nicht mal! Ich war gemutet im Turnt, ich war gemutet im Discord. Ich war gemutet im Discord. Ich finde das krass. Das ist überall Dominanz. Wait, wait, wait. Seraphine ist der stärkste ADC im Gamegrad. Trundle Bot einfach Support Item, kriegt Passiv Gold und du farmst. Okay, ich gehe Articary. Tim geht in Adicary. Den sieht so cool aus hier, oder? Ich liebe den. Ich soll Top-Lane spielen, weil ich dachte, Mazat und Tim gehen Bot-Lane, weil ich dachte, Mazat ist ADC. Ja, und wie kommst du dann darauf, mir die Lane wegzunehmen? Ich dachte, du gehst Mitte, Samu, und ich dachte, Mango geht Jungeln. Ich hab Mazat gefragt und dann hat sie gesagt, nee, ich geh lieber Mitte. Mit dir will ich nicht Bot-Lane gehen, weil du bist scheiße in League of Legends. Und du bist der schlechteste League of Legends-Spieler, den ich je gesehen habe. Ey, Linda, we got this. I believe in us. Ja, wenn mein League of Legends starten würde. Vom Basel, wir gehen einfach du und Top. Ja, lass scheiß auf Jungle. Okay, wir gehen rein. Jetzt mal einer, der wirklich Ahnung hat, was kaufe ich denn für Top-Dark-Seal. Ja, warum fragst du uns? Ich hab keine Ahnung, was für Support-Items man kauft, Leute. Ring und Potz. Gar keine Ahnung. Danke. Dein Skin ist süß, oder, Linda? Dein Skin ist ja so schön. Jetzt erstmal ein bisschen dieses Lese. Ich finde den auch so schön. Ja. Deswegen musste ich mir den kaufen, ohne dass ich sie jemals gespielt habe. Und guck mal, wir passen farblich sogar jetzt gar nicht so schlecht zusammen. We are matching. Ja, es wird die beste Bot-Lane. It's not realistic. It's just not realistic. Wir werden invaded. Okay, ich geh jetzt aber Articaree, ne? Ja, ich geh, äh, Trundle. Supi. Ich bin Trundle. Hulk smash, äh, Trundle smash. Mann, warum denn ich? Sie auch. Hier kommt raus. Warum geh ich? Nein, 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 nein. Es geht doch gerade erst los. Oh. Ich hab den Kill bekommen. Ich hab die Skateboard. Guck mal. Oder nimm mal das... Du hast jetzt Support-Item gekauft. Ja, ich hab kurz vergessen, dass ich Articaree bin. Ich kaufe nachher was anderes. Okay, die Bot-Lane ist fucked. Hä? Nein, ich hab First-Blood. Lukas! Aber du darfst nicht farm jetzt. Du darfst nicht farm, Tim. Warum? Weil du Gold-Penalty kriegst. Und XP-Penalty wird sofort ein. Oh. Du kriegst ja nur Passiv-XP, wenn Linda was tun hat. Und was ist, wenn ich das verkaufe gleich? Tim-Homey am tollen. Bist du stark im Minus und dann muss Linda sofort Atem kaufen. Linda, wir gehen jetzt beide back. Nein, spielt es einfach. Spielt es einfach. Die Challenge ist, werden wir heute eine Runde gewinnen. Ja! Das ist einfach... Ich hab's euch nicht gesagt, aber wir machen eine Win-Challenge in League of Legends. Achso. Linda, super! Ihr macht das super. Wenn ihr einen Lay-Dominant habt gegen Rangeman. Hast du schon einen Minion bekommen, Linda? Eure Lache ist ansteckend. Ich will dein Piller haben. Ich will dein Piller haben. Ich will dein Piller haben. Yeah! Der hat nix zum Lingen, zum Abwehren. Oh, gefickt! Ja! Wisst ihr, es gibt so ein Ding in League of Legends, dass die meisten, so krassen Takten, die sich meistens in niedrigen Elo-Bereichen entwickeln. Und man sieht, dass es dabei gemacht wird. Und man sieht so zappen. Was redet er? Er findet jetzt einfach die... Ja, aber was bringt uns das denn? Unsere High-Elo? Das ist richtig. Das ist die Frage. Pantheon ist wieder da. Okay. Guck mal, hab ich gesloot. Und ich mach noch einen Q hinterher. Was macht meine Ult überhaupt? Seraphine takes stage projecting a captive force. 1,5. Mach irgendwie Damage. Was macht die Seraphine-Ult, Leute? Lukas, du willst sterben. Also, wenn du nicht top kommst, kann ich nichts mehr tun. Lukas hat 10 AP. Der hat andere Probleme, Dalu. Aber auch nur, weil ich auf die verlierenden Lanes... Der kommt zu dir hier. Ich komm auch, ich komm auch. Ich hab Ult, Dalu. Wir machen die. Hier, jetzt. Schöne Ult. Holy... Oh mein Gott! Mazat! Kein Ult, kein Ult! Nein. Starke Ult, Mazat. Ich hab nie an euch gezweifelt, ne? Yeah! Yeah! Wir sind super. Hier ist alles super. Was hab ich hier für ne Scheiße gebaut, eigentlich? Linda, du kämpfst alleine. Ja, weil der hat meinen Warp weg und dann war ich sauer. Ja, blöder Arsch. Mach den Puller weg. Ich komme. Guck mal, ich bade dir das mit Wasser im Kicken. Oh, das ist insane, actually. Oh mein Gott! Gut, gut, in League of Legends hast du mich unglaubst. Wully Bär ist gleich Level 20. Ich hab Ezreal on me. He's coming on me. Äh. Ich hab ein ganz tolles Problem. Aber G-A-N-S wie ne Gans. Ult! Bot ist Mia. Mia, Leute. Linda, ich war doch back. Du musst doch dann die Lane im Griff haben. Ich hab hier gar nichts im Griff. Okay. Hilfe! 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 Bin noch nicht da! Alter, ein. Oh, sofort! Oh, die ganze Topside ist weg. Oh, nee! Das war nicht meine Ult, Linda. Ach so, okay, nee. Oh! Not even close. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Heal hab. Ich dachte auch grad so, warte mal, du kannst Heal. Ja, wenn du unter deinem Lebensbalken hast du so drei Balken, ne? Ja. Wenn die voll sind auf einem Wehen dritten Skill, der ist stark verstärkt. Linda runter mit dir, weg mit dem Tower. Ich laufe, ich alle. Ich trundel. Du kannst den Tower essen, glaube ich, Linda. Ja, ja, ich esse den jetzt weg. Der kann uns nichts anhaben. Oh, ich hätte es so top. Der Tower hat aber eh nur einer, nee. Wollen wir Mitte gehen? Ihr könnt weitermachen, Botlin, ihr könnt weitermachen. Okay, wir machen's weiter. Ist besser, ist besser. Oh, hinter uns ist ein Bär. Der ist auf, den können wir machen. Lauf, Linda! Nein, lass mich zu euch gehen! Ich bin nicht so schnell wie du. Scheiße. Können die Beine auch stärker. Können wir zusammen machen, aber ist ein harter Gegner. Ist kein harter Gegner. Bären haben ganz weiches Fell. Stopp, stopp, stopp. Das war doch ein harter Gegner. Oh nein. Oh, wir müssen helfen. Kannst du flashen? Ich hab hier. Ich hab hier. Guck mal! Let's kill, let's kill, let's kill. Schöne Sache. Können wir auch weitermachen, wenn ihr wollt. Okay, ihr habt noch einen Kill bekommen. Sehr gut. Mann, diese Weiß! Sie geben jetzt auf den Sack! Nein, nein, greif sie an, ich komm. Ich greif sie an, ich hab kein Problem. Das war's. Ich bin tot. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was für Items ich kaufen soll, Leute. Ein bisschen Hokus-Pokus da. Oh, starker Q. Very demure. Very mindful. Ihr müsst schon ihr helfen. Sagt ihr Support auf der Botlane. Very demure, very cute. Zack, bam. Boss, 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 boss. Ich hab voll geultet, ihr müsst die jetzt töten. Die, ich glaub, die verpügelen uns einfach alle, oder? Nein, 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 tötet sie doch einfach. Mehr Damage! Die heilt sich an euch. Wie, die heilt sich? Das geht nicht! Boah, wie gut du rausgekommen bist. Danke, ich bin Profi. Hab kurz vergessen, dass ich Articary bin. Ich hab ein Skateboard, guck mal. Was macht meine Ulti überhaupt? Was hab ich hier für eine Scheiße gebaut? Das war nicht meine Ulti-Linner. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Heal hab. Oh mein Gott. Ja, wir machen den. Ich hab auch Heal. Kommst du ja? Oh! Überviel Schaden machst du. Ey, ich mein nicht. Den hab ich gemacht. Kommt ihr um, klar? Kommt ihr um, klar? Na, klar. Okay. Richtig. Oh, ey. Gut gemampft. Entschuldigung. Also. Oh mein Gott, Vi ist hier! Wie, du pusht ganz alleine Botlane? Dann fang ich auch vorbei. Das ist krank. Ja, wir holen jetzt zwei hier ab. Komm, wir haben einen Satz. Scheiß auf den Liefen. Ja, wir grünen. Warum ist Trundle eigentlich der beste League-Oppler? Also, warum werde ich hier in meinen Tod gecolt? Also, das ist doch auch schon wieder bescheuert. Ich glaub. Aber war unnötig, irgendwie. Okay, nächstes Mal verbiete ich ihr zu queuen und zu ulten. Sag sie mal, Satz. Oh, wie macht der Hase? Mö, 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 mö. Mö, 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 mö. Die kommen, die kommen. Hilfe! Hilfe! Leute, ich hab Ult. Ja, aber die können doch gar nicht kommen. Die haben die Furn. Na ja, Woli! Der darf hier nicht raus. Ja! Tiltstil von Linda. Äh, äh. Äh. Was war das für ein TP? War das ein 2-Meter-TP? Der war, um Dominanz zu surfen, ist wichtig. Ich hab nicht mein Game-Black. Ich hab ne Kunden-Nex. Sie hat TP'd. Oh mein Gott, Fai ist unten! Er ist komplett alleine bot hier, oder kommt nun vorbei? Oh mein Gott, der Damage ist ja gut von dem Chart. Dieser Führer. Komisch, oder? Oh, den muss ich mir holen. Viktor, 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 Viktor. Viktor, Viktor. Das ist ein guter Call. Ja, schön. Oh, ich. Die Wei, die Wei, die Wei. Ich bin hier nicht, die Ata. Ja, die Ata ist okay, doch. Die Wei, wei, gleich. Geil. Die Wei, weiter. Hilfe! Die hab ich. Ich hab voll viel Schaden gemacht, gerade. Ja, ich bin, ich weiß, ich bin so ein kleiner Anti-Giater. Wir haben halt jetzt vielleicht kurz Zeit für'n Drachen hier. Ja. Ach Mann, wie er mich getrickst hat. Getrickst, ja. Schöner Old, mein Freund. Hilfe! I am dead. Ja, also das war's mit dem Drachen. Shit. Oh, ich hab vielleicht einen Vorwurf in der Stimme. Willst du vielleicht wieder ohne Smite reinlaufen, ohne Wort? Ey! Ich bin grad in einem vermeintlich sicheren Ort weggeportet, aus dem sie mich abgeholt haben. Was möchtest du mir sagen? Ja, das hat der doch nicht mit Absicht gemacht. Das ist halt... Du bist die Einzige, die hier Wert auf Leistung legt. Merkst du das? Jetzt sind Tode sind schon viel. Wir brauchen Mitte-Support, unbedingt. Ja. Okay, das ist echt insane, so richtig, what the fuck. Ich darf da auch nicht rein, ist das verrückt. Sorry. Nee, ich darf nicht rein, weil ich zu langsam war. Ich hätte das auch callen sollen, eigentlich. Das war irgendwie so eine Kurzschluss-Situation. Ey, in der Solo-Kirch hat's das ja auch nicht callen können. Ja, du hast recht. Da hätt ich ja auch drauf reagieren müssen. Aber ich hab das nicht gesehen. Es wird mal wieder Zeit für eine Runde Human Benchmark, um zu sehen, wie die Reaction-Time ist. Oh, der Voli-Ban macht hier die oberen Lüge. Haben, vielen, vielen Dank. Super sweet. Oh! Was? Upsi. Ja. Enti. Gut, ähm. Enti. Guter Versuch. Geil. Nächstes Mal picke ich auch nicht aus, wir sind Top-Lane. Wisst ihr, was eigentlich ist Linda schuld? Real Talk. Ja, wir sollten uns auf jetzt einigen. Wir müssen nicht leaschen. Stimmt, du hast recht, Mazzard. Wir stehen hier sau-dum. Da kommt ein kleiner Hamster. Ist ja schon zwei gleich oben. Ja, wir sind voll krass oben. Das ist eine sehr gefährliche Lane. Ja, visuell. Zwei starke Monster kämpfen hier gegeneinander. Ja, ja, ich seh das. Ich kriege die Angst auch. Das ist einfach Heal und Schild gleichzeitig. Ja, cool. Also, Schild quasi. Ich weiß auch nie, was... Oh, wenn ich meine Skills treffen könnte, wäre es stark. Ist okay. Wir haben die Situation faktisch gewonnen. Boss? Ich habe ihnen ein bisschen Angst gemacht. Hast du? Mit den Jungler gesehen? Ja! Der ist hier auf 220. Oh, Boss, Boss! Ist das viel? Ich kann ihn, ich kann ihn, ich kann ihn. Oh, ich habe hier, ich habe hier. Attacke, Attacke. Der war Porten, der ist alles gut. Oh, scheiße. Auch du hast ihn aber, glaube ich. Oder? Oh, scheiße. Aber sie hat Flash raus, sie hat Flash raus. Lauf, lauf, lauf. Geil, geil. Schön. Ich habe Ult. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Immer laufen, immer laufen. Geil, geil, geil. Ist hier noch jemand, der Schaden machen kann? Danke für's save. Über low, über low, alle. Du hast mich gerettet. Ja, für dich alles. Danke, Mann. Ich werde es dir nie vergessen. Ja, ja. Nice. War die da nicht drin? Warte mal. Ich habe vielleicht Dinge gesehen. Oh nein, Melfight, 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 Melfight. Mit dem da. Geht's um Leben und Tod. Jedes bisschen. Ja, 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 geil. Oh, lauf, lauf, lauf. Kannst du Flashen? Nee. Ich hole dich, ich hole dich. Lauf, lauf, lauf. No. Ich sterbe, nein. Lauf. Du hast... Scheiße. Oh, mein Gott. Das war so funny gerade mit der Blast-Dingens. Oh, mein Gott. Hallo. I tried. Das war so Pixel. Oh, Hilfe. Du musst laufen, du musst laufen. Ich hab dich, ich hab dich. Lauf doch. Ich wollte helfen. Ja, war gut. Du hast gut geholfen. Wir haben hier alle Tanks, Botlane. Wir werden sterben. Oh, nee, die machen Baron. Gibt's eine Welt, in der ich stele? Ja. Oh, nee, ich bin tot. Ja, bei mir ist Cannon. Ah, ah, ah. Ja, du hast ihren Run einfach ein bisschen... Oh, wir wiederholen das nochmal jetzt. Ja, lass die kommt nochmal machen. Die war eigentlich geil. Nee, ich mach jetzt Support. Ah, ja. Nee, was? Ich bin Seraphim. Er hat sich ein 50-Euro-Skin gekauft. Wir wollen jetzt eine Runde gewinnen. Das lag nicht an meinem Support. Mazat, jetzt musst du für mich einspringen. Ja. Mazat, sag was. Mazat, du musst... Mazat, dein Support war echt gut. Das muss ich sagen. Ja, wahr ist richtig. Jetzt kann er woanders sein. Tim, können wir tauschen irgendwas? Ja. 20 Minuten später. Das ist die. Ja, der Support Dalu hat nicht gereicht.